Willkommen bei der zweiten Folge unserer Videoreihe. Das letzte Mal habe ich euch vom berühmten Konvolut erzählt. Heute will ich euch erzählen, was der Innenminister mit dem Ganzen zu tun hat. Als der Innenminister im Dezember angelobt wurde, hat er seinen Generalsekretär, den Herrn Goldgruber, beauftragt, im Bundesministerium für Inneres aufzuräumen. Der Herr Goldgruber hat das Konvolut genommen, sich durchgeschaut, es sogar zusammengefasst und ist extra zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegangen, um diese noch einmal eindringlich darauf aufmerksam zu machen. Eines muss man aber wissen, die Staatsanwaltschaft und auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dieses Konvolut bereits seit Sommer letzten Jahres. Die Staatsanwaltschaft Wien hat einzelne Punkte bereits eingestellt, während die WKStA zu ein paar vereinzelten Punkten noch ermittelt hat. Nun kommt aber Goldgruber und bringt genau das gleiche Konvolut noch einmal zusammengefasst und meint, dass hier ganz dringend ermittelt werden soll. Die zuständige Staatsanwältin, die Frau Staatsanwältin Schmuddermeyer, sie ist der Meinung, dass die Sachlage derzeit noch nicht ausreicht, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Der Generalsekretär des Innenministeriums und ein Kabinettsmitarbeiter hören sich mal um und schauen, ob sie Zeugen für diesen Fall finden können. Und tatsächlich, sie finden drei Personen, die aussagen möchten. Sie denken sich, es wäre doch sinnvoll, diese Personen vorher zu treffen und mit ihnen vorher vorzubereiten, bevor man sie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bringt. Also treffen sie drei Personen fünfmal, bevor sie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übermittelt werden. Was da besprochen wurde, wissen wir leider noch nicht, aber das werden wir herausfinden. Es ist okay, die Zeugen namhaft zu machen, aber sich mit Zeugen zu treffen und über den Fall zu sprechen und möglicherweise auch mit Zeugen zu besprechen, was da genau bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt werden soll, ist absolut nicht in Ordnung und könnte sogar Zeugenbeeinflussung sein. Warum finden wir das Ganze hochproblematisch? Wir sind in einer Situation, wo die Staatsanwältin, die den Fall führt, sie vom Goldgruber, dem Generalsekretär des Innenministers, nicht nur die Zeugen liefern lässt. Sie lässt sich von ihm auch die Polizeieinheit bestimmen. Normalerweise müsste die Staatsanwältin sich überlegen, welche einschreitende Polizeibehörde beauftragt werden soll. Nein, stattdessen hat sie einen Tag vor der Hausdurchsuchung immer noch keine Ahnung, welche Polizeibehörde die Hausdurchsuchung durchführen wird. Aber Gott sei Dank gibt es das Innenministerium, denn die haben natürlich schon eine Polizeibehörde vorbereitet und der Staatsanwältin auf eine Tablett serviert. Sie nimmt das Geschenk dankend an und denkt sich nichts dabei. Das nächste Mal werde ich euch dann erzählen, warum das problematisch war und was da genau im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung genau passiert ist.